Was passiert, wenn der Avatar alle Elemente bändigt? Weiß ich nicht. Ihr seht schon, ich hab die ganzen Schriftrollen hier. Wir werden jetzt alle ausrüsten und mal gucken, was passieren wird. Eins, zwei, drei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir werden wirklich der Avatar. Was passiert, wenn zwei Luftbändiger aufeinandertreffen? Wow. Ich bin voll weit weggeflogen. Was? Nächster Mythos, Freunde. Ist es möglich, mit der erdbändiger Fähigkeit, ähnlich wie mit der Zeus-Fähigkeit, einfach durch Wände durchzuknallen? Drei, zwei, eins. Oh mein Gott, das funktioniert einfach. Ist es möglich, seinen Teammate mit der feuerbändiger Fähigkeit runterzuhauen und gleichzeitig auch zu nocken? Wir sind hier ziemlich hoch unterwegs gerade. Lass es uns zusammen herausfinden. Und jetzt das ein und... Was?